Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Unseren Supersand kennt ihr ja bereits und jetzt habe ich hier noch ein Cupcake Beach Set. Und ich dachte, das passt wirklich super gut zusammen. Und zwar kann man mit diesem Strandset Eiskugeln formen. Dazu haben wir hier diesen Eisportionierer und fünf verschiedenfarbige Waffeltüten. Und wir machen jetzt einfach mal mit dem Supersand. Erstmal zerdrücken wir hier unsere ganzen Sandburgenteile. Nehmen dann hier so eine Eiskugel heraus, drücken das Ganze schön fest. Und dann portionieren wir mal das Eis. Und hier haben wir dann schon unsere erste Kugel. Da kann auf jeden Fall noch eine zweite drauf. So, gut festdrücken das Ganze. Und die zweite Kugel auf unser Eis. Da muss man ein bisschen nachhelfen. So. Und fertig ist unser Eis. Das gleiche können wir natürlich mit den anderen Farben genauso machen. Ich wollte euch nur mal demonstrieren, wie man den Supersand noch anderweitig verwenden kann. Nämlich einfach mit Strandspielzeug. Ich glaube, das macht auch jede Menge Spaß. Oder natürlich mit Play-Doh-Förmchen, die man zu Hause hat, noch von anderen Spielsachen. Da kann man natürlich den Supersand genauso verwenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss.